hey 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 leute ich bin's wieder euer andy und wie ihr seht gibt es bei mir eine ankündigung und zwar ihr seht ja schon das bild die nächsten zwei spiele die jetzt dann demnächst kommen ich denke mal so ja ab januar mitte januar denke ich mal werden die zwei neuen spiele kommen das ist einmal final fantasy 15 und einmal the last guardian die habe ich hier schon eingepackt vor mir liegen bloß ich möchte halt jetzt noch ja ancharted 4 durchspielen bevor ich jetzt die nächsten spiel schon wieder anfange würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr dabei seid und mich auch da ein bisschen unterstützt in dem projekt natürlich auch über ein like oder halt über ein abo ja und ansonsten gibt es jetzt eigentlich nichts mehr wie gesagt die zwei spiele kommen jetzt dann demnächst final fantasy 15 und the last guardian würde mich freuen wenn er wie gesagt dabei seid und mich da ein bisschen unterstützt und ansonsten viel spaß euch noch lasst euch gut gehen bis bald ciao euer andy ja